Moin Moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Merk Video Historische Nachrichten. Wie immer gilt der Dank zunächst den Patreons. Vielen Dank für die Unterstützung. Manche Dinge werden dadurch erst möglich. Das ist also wirklich nicht zu unterschätzen. Und insofern lege ich es natürlich auch allen anderen nochmal ans Herz. Wenn ihr Interesse habt, uns zu unterstützen in diesem Projekt, schaut in die Infobox. Ihr findet einen Link zu unserer Patreon-Seite. Dort gibt es für 3 Euro im Monat, monatlich kündbar, etwas Bonus-Content, den Weg auf den Discord-Server. Wenn ich es schaffe, folgen früher und mitunter andere spontanen Kleinigkeiten, so wie es passt. Wenn ihr uns helfen wollt, ohne den Weg über Patreon zu gehen, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Klickt bitte immer schön den Like-Button. Das hilft uns auch. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert. Das hilft natürlich auch. Und die Glocke sei zuletzt auch erwähnt, damit ihr immer mitbekommt, wenn es was Neues gibt. Vielen Dank dafür. Heute gehen wir ins Jahr 1708 und ich verliere gar keine weitere Zeit. Viel Spaß mit der Nachricht. Den 22. Januari hat sich über dem französischen Homburg gegen Lothring nachts um halb ein Uhr bei eröffnetem Himmel ein helles Licht, welches auf drei Meilen herum den Erdboden mit solcher Klarheit beleuchtet, als ob die Sonne am hellen Mittagsschiene sehen lassen, wobei ein solches Knallen gehört wurde, dass die Erde davon zitterte. Als dieses die bestürzten Leute, die es gesehen und gehört, in große Verwunderung gesetzt hat, fiel eine feurige Kugel vom Himmel herunter in die Festung, welche, im Fall, ein tiefes Loch in die Erde gewühlet und was am allerseltsamsten, mit entsetzlichem Knallen, das alles davon erschütterte, wieder in die Höhe ging, da man dann zugleich in den Wolken ein solches Geprassel hörte, als ob man ganze Kataunen und viel kleine Gewehre losbrennete. Worunter man gar eigentlich das Spiel, als wann viel tausend Trommeln der deutschen Mars schlügen, vernehmen konnte. Die Schildwacht zu Homburg, welche nicht wusste, ob es ein Luftspiel oder ernst wäre, machte mit einem Schuss Lärmen, worauf der Kommandant selbst, welcher nicht wusste, wie er daran war, zu Fuß das Pferd an der Hand führend herbeieilte und die Garnision ins Gewehr stellte, weil er nicht anders vermeinte, als es käme, eine deutsche Armee ihn heimzusuchen. Die Kugel soll gedachten Kommandanten so geblendet haben, dass er nun erblendet. Viele Leute, die solches gesehen und gehört, liegen noch vom Schröcken wirklich krank. Ja, liebe Leute, hier haben wir nun also eine Nachricht vom Anfang des 18. Jahrhunderts aus Homburg, heute Teil des Saarlandes. Damals eine nicht ganz uninteressante Festungsstadt im Bereich zwischen den französischen und deutschen Landen. Interessant gewesen für Ludwig XIV. zum Beispiel, der dort gewisse Festungsbaumaßnahmen hat durchführen lassen. Die waren zu dem Zeitpunkt unserer Geschichte nicht mehr hundertprozentig intakt, aber zum Teil noch intakt. Und hier hat sich nun etwas, tja, Seltsames eventuell abgespielt, wie unser Bericht hier von sich gibt. Im Grunde ist die Rede von zwei Erscheinungen, könnte man sagen. Zunächst ist die Rede von einer hellleuchtenden Kugel, beziehungsweise einem hellleuchtenden Licht, das auf drei Meilen den Erdboden so hell beleuchtete, als ob die Sonne scheinen würde. Also das ist schon hell, sage ich jetzt mal als Laie, für mein Verständnis jedenfalls. Und gleichzeitig haben wir ein Knallen. Denn da denkt man jetzt wahrscheinlich als erstes an irgendwelche Objekte, die sich in hoher Geschwindigkeit durch die Atmosphäre bewegen. Fallend kann all das, soweit ich informiert bin, mal vorkommen. Auch wenn ich Knallen jetzt persönlich noch nicht erlebt habe, aber das gibt es natürlich trotzdem. Wenn dann irgendwelche Gesteine und so weiter zum Beispiel auseinanderbrechen. Also das ist jetzt erstmal noch nicht so weiter verwunderlich. Ist es natürlich trotzdem höchst interessant, aber noch nicht in dem Sinne seltsam. Nun geht das Ganze aber weiter. Eine feurige Kugel, jetzt ist hier leider nicht 100% klar, ist das jetzt die gleiche Lichtquelle, von der vorhin die Rede war. Ist das jetzt eine andere feurige Kugel? Von feurig war vorher ja nicht die Rede. Erfahren wir leider nicht genauer. Also eventuell eine zweite feurige Kugel oder das erste, die erste Quelle vom Licht fällt also herunter in die besagte Festung in Homburg und hinterlässt auch, ja, wie man wahrscheinlich dann erwarten würde, ein tiefes Loch. Leider nicht näher beschrieben, wie tief. Und auch da sind wir natürlich noch im Bereich des nicht unbedingt seltsamen, wenn auch seltenen auf jeden Fall. Nun kommen wir aber in den Bereich des seltsamen, denn es knallt wieder. Und zwar auch hier nicht unerheblich. Alles sei erschüttert worden. Also da muss schon irgendwie dann viel Energie in irgendeiner Weise im Spiel gewesen sein, denke ich mal. Und diese feurige Kugel bewegte sich daraufhin wieder in die Höhe und gleichzeitig hat man in den Wolken ein Geprassel gehört, was dann danach mit Schussgeräuschen sozusagen der zeitlich typischen Kriegsmaschinerie verglichen wird. Also auch hier wieder ein Vergleich, der doch stark darauf hindeutet, dass das nicht ganz leise vonstatten gegangen ist. Es wird auch der Vergleich gezogen von tausend Trommeln, die einen Marsch schlagen, also was immer es war, leise war es nicht. Der Text erklärt dann noch weiter oder berichtet noch weiter, dass die Besatzung dieser Festung dort offensichtlich zunächst mit einem Angriff irgendeiner Art rechnete. Das ist natürlich auch dann nicht weiter verwunderlich, gerade wenn die Geräuschkulisse wie beschrieben da ist und dann sowas wie eine Explosion in Anführungsstrichen da in der Festung selbst stattfindet mit dem Einschlag, dieses was auch immer es war im Boden. Also hier herrschte Verwirrung. Es wird erwähnt, man wusste nicht, ob es ein Luftspiel oder Ernst wäre, also ein militärischer Ernstfall sozusagen. Der Kommandant der Festung hat das Ganze dann auch mitbekommen und ist beigeeilt, hat die Festung gefechtsfertig gemacht bzw. das angeordnet sicherlich, denn auch er hatte eben den militärischen Ernstfall jetzt vor Augen als Szenario. Als nächstes erfahren wir, dass die Kugel den besagten Kommandanten so stark geblendet hat, dass er blind geworden ist davon. Leider wieder nicht genauer beschrieben, wann wurde er genau herbeigerufen. Also hat man ihn jetzt eventuell schon gerufen, als die erste Kugel am Himmel oder das erste Licht am Himmel zu sehen war und das zweite hat er dann im Anflug mitbekommen. Oder er hat das zweite mitbekommen, es schlug ein, dann hat man ihn gerufen, dann kam er und er hat dann auch sozusagen den Abflug in Anführungsstrichen mitbekommen. Leider alles nicht en detail beschrieben, aber immerhin die Tatsache, dass es so hell war, dass er offensichtlich davon Augenschäden davon getragen hat, das wurde noch festgehalten. Immerhin. Es werden auch andere Leute erwähnt, die vom Schrecken krank geworden sind. Nehmen wir mal an, das ist so geschehen wie beschrieben. Ich betone ja immer, das können wir im Einzelfall nie so genau sagen, wenn wir uns nicht näher mit der Sache beschäftigen. Aber nehmen wir mal an, es ist so geschehen. Dann könnte man sich hier natürlich vorstellen, das ist bekannt, dass Leute durch Schockzustände durchaus auch mittel- und langfristig Probleme entwickeln können, gesundheitlicher Art. Leider aus dem Kontext der Weltkriege zum Beispiel ist sowas ja hinreichend bekannt. Und ja, was machen wir nun aus dieser Geschichte? Also, wenn man sich hier möglichst nüchtern dem Ganzen nähern möchte, könnte man vielleicht annehmen, dass da tatsächlich irgendein Gesteinsbrocken herabgefallen ist, durch die Atmosphäre angefangen hat zu verglühen, in die Festung eingeschlagen ist. Der dürfte dann natürlich nicht wieder wegfliegen. Wie man da jetzt den Dreh reinkriegt, das noch wiederum zu erklären, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, die Vorstellung, dass womöglich ein solches Objekt dann im Inneren trotzdem noch irgendwas haben könnte, was explosionsfähig ist. Sodass man sich vielleicht vorstellen kann, dass dann erst zu einer zweiten Explosion gekommen ist, die das Objekt vom Boden wieder fortgeschleudert hat. Ja, keine Ahnung, wie realistisch ein Denken in diese Richtung ist. Die Rede ist hier davon, dass es wieder fortgeflogen ist, wird auch nicht näher beschrieben, wie man das zu verstehen hat. Also, wie immer bringt hier das Spekulieren einen nicht so wirklich voran. Nichtsdestotrotz, für mich unterm Strich natürlich eine interessante Geschichte. Wenn sie sich so abgespielt hat, dann muss das ein äußerst außergewöhnlicher Vorgang gewesen sein, in welche Richtung auch immer man jetzt denken möchte. Und, wie ihr wisst, es ist ja auch nicht das erste Beispiel von sich seltsam verhaltenen, fliegenden Lichtkugeln, Objekten, was auch immer. Davon hört man immer wieder, sowohl in heutiger Zeit als eben auch in vergangenen Zeiten. Und auch bei merkwürdigen historischen Nachrichten ist das jetzt hier, ich weiß gar nicht, wir hatten auf jeden Fall schon andere Beispiele, ich weiß jetzt nicht wie viele. Ich denke gerade an die Lichtkugel, die eine in Anführungsstrichen Kleinstadt verwüstet hat, eine zurückliegende Folge. Also, tja, was fliegt da umher? Ich wüsste es gerne, ihr sicherlich auch. Wir werden es nicht erfahren aus diesem Text hier. Aber dennoch fand ich ihn natürlich höchst interessant und wollte ihn zur allgemeinen Kenntnis bringen. Zumal ich auch, wie, glaube ich, inzwischen bekannt ist, grundsätzlich ein Fan des 18. Jahrhunderts bin. Also Fan im Sinne von, ich finde, das ist eine sehr interessante Zeit. Ehrlich gesagt, das empfinde ich auch fürs 1900, das empfinde ich auch fürs 17. Jahrhundert und auch für viele andere. Aber das 18. Jahrhundert hat natürlich eine gewisse Eigenstellung dadurch, dass wir es hier denn doch im Verlauf des Jahrhunderts mit recht stark wirksamen Entwicklungen und neuen Entwicklungen auch in der Geistesgeschichte zu tun haben, auch in der Theologie zu tun haben. Und insofern erklärt sich, dass ich das 18. Jahrhundert gegenüber vielen anderen auch sehr, sehr interessanten Jahrhunderten für mich persönlich manchmal noch so ein klein bisschen höher schiebe im Interesse. Okay, nun genug. Ich hoffe, ihr fand es auch wieder ein bisschen spannend. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche mit einer wieder dann regulären Folge düstere Plausch-Sichten. Hoffentlich, wie geplant, mit dem zweiten Teil zur Blätzo-Geschichte. Also bis dahin, alles Gute, macht es gut, ciao. Also bis dahin, alles Gute.